Hallo! In diesem Video soll es darum gehen, diese komplexe Zahl in die kathesische Darstellung umzuwandeln. Und dazu werden wir die Polarkoordinaten von dieser Zahl benutzen, einmal in der Exponentialform, einmal in der trigonometrischen Form. Also es wird um ziemlich viele Darstellungsformen gehen, aber wir gehen das einfach mal Schritt für Schritt durch. Was sehen wir hier? Wir hätten diese Zahl hier gerne in der kathesischen Form. Das heißt, wir hätten die gerne in sowas wie a plus b mal i. Das soll das Ziel sein. Das funktioniert so jetzt noch nicht direkt, weil wir hier ja nochmal so eine komplexe Zahl im Grunde drin haben, dieses i minus Wurzel 3 und dann verschachtelt mit einem Hoch 5. Dieses Hoch 5 ist jetzt ziemlich blöd, das hier auf diese Klammer anzuwenden, weil das hier ja so eine Summe ist. Deswegen ist das Erste, was wir machen, dass wir diese komplexe Zahl, dieses i minus Wurzel 3, das bezeichne ich jetzt mal als k, dass wir die zuallererst mal umwandeln. Also dass es gar nicht um das Ganze geht, sondern nur diese komplexe Zahl da drin, dieses i minus Wurzel 3, dass wir das als erstes mal umformen. Vielleicht seht ihr es noch nicht direkt, dass das hier jetzt die kathesische Form ist, aber wenn ihr es rumdreht, also die Minus Wurzel 3 nach vorne macht und hinten das i dazu rechnet, jetzt haben wir die beiden einfach nur vertauscht, dann sieht das schon r nach der kathesischen Form aus, die ihr kennt. Und wenn ihr jetzt noch, also das i, da steht ja der Imaginärteil vorne dran normalerweise, wenn da nichts steht, steht da eine 1, also ihr könnt da auch einmal i schreiben, dann seht ihr es jetzt vielleicht auf jeden Fall, dass das hier der Realteil von eurer komplexen Zahl ist und die 1 hier ist euer Imaginärteil. Die kathesische Darstellung von dieser komplexen Zahl. Und die wollen wir jetzt in die Exponentialform umwandeln, weil wir mit der Exponentialform am besten mit diesem Hoch 5 gleich umgehen können. Also, vielleicht nennt ihr die auch Polarform, das ist ab und zu etwas wir alles, aber es ist die Exponentialform, die wir jetzt benutzen wollen. Und zwar setzt die sich jetzt zusammen aus, der Betrag von unserer komplexen Zahl, also Betrag von k multipliziert mit e hoch i mal dem Winkel von unserer komplexen Zahl. Den nenne ich jetzt hier mal phi. Wie finden wir den Betrag von einer komplexen Zahl? Naja, das ist ja Wurzel aus der Realteil zum Quadrat plus der Imaginärteil zum Quadrat. Den Realteil und Imaginärteil haben wir hier schon markiert von unserer Zahl, die uns hier jetzt interessiert. In dem Fall Minuswurzel 3 war der Realteil, der muss quadriert werden und 1 zum Quadrat noch für den Imaginärteil. Wenn wir das jetzt berechnen, Minuswurzel 3 zum Quadrat ergibt 3 plus 1 ergibt Wurzel aus 4 und damit haben wir unseren Betrag von unserer Zahl ist 2. Den haben wir jetzt schon mal. Jetzt fehlt nur noch der Winkel. Den Winkel finden wir, indem wir den Tangens von phi betrachten und der setzt sich nämlich zusammen aus dem Imaginärteil geteilt durch den Realteil. Also Tangens von phi ist, der Imaginärteil war 1 hier in dem Fall und der Realteil Minuswurzel aus 3. Wenn ihr das jetzt mit Tangens hoch minus 1 in den Taschenrechner eingibt, kommt ihr, also entweder kommt ihr auf eine Kommazahl, weil euer Taschenrechner das jetzt nicht so toll ausgibt oder ihr findet es aber auch in Tabellen, da müsste jetzt Minus Pi Sechstel rauskommen beziehungsweise es gibt auch Taschenrechner, die diese Zahl hier auch so schön als Minus Pi Sechstel ausgeben. Jetzt müssen wir uns Gedanken machen, ob dieser Winkel sein kann, weil der ist hier auch negativ. Wie sieht unsere komplexe Zahl überhaupt aus, wenn wir hier den Realteil und den Imaginärteil abtragen? Da haben wir Minuswurzel 3 im Realteil, also wir sind hier im Negativen und dann noch 1 im Imaginärteil nach oben, also unsere komplexe Zahl wird hier liegen, hat also vom Winkel, startet man ja immer von hier vorne bis dahin, gegen den Uhrzeigersinn, hat einen positiven Winkel. Ungefähr, also 90 Grad wäre hier, zwischen 90 und 180 Grad muss der irgendwo liegen. Minus Pi Sechstel ist aber minus 30 Grad, wenn man das nochmal ins Gradmaß umwandelt. Das ist nicht der Winkel, den wir benötigen. Das wäre dann hier unten der Winkel, den brauchen wir hier nicht. Wir brauchen den positiven Teil davon. Und beim Tangens ist es so, dann müssen wir nur Plus Pi dazu rechnen, dann kommen wir auf einen, auf den positiven Winkel. Wenn wir also Plus Pi hier dazu rechnen, das dürfen wir einfach machen, weil der Tangens sich alle 180 Grad wiederholt, kommen wir auf einen Winkel von, also Minus Pi Sechstel plus Pi ergibt dann 5 Sechstel Pi. Das ist unser Winkel, der uns hier interessiert. Also, letztendlich können wir, das schreibe ich jetzt mal rot, damit das rauskommt, unsere komplexe Zahl, die hier in den Klammern stand, die können wir darstellen als 2, das war der Betrag von unserer Zahl, mal e hoch i mal, und jetzt der Winkel, der jetzt hier für die Zahl vorkam, war 5 Sechstel Pi. Das ist jetzt zumindest mal ein Zwischenergebnis, die Exponentialform von dieser komplexen Zahl hier drin. Und die werden wir jetzt nutzen, um weitere Umformungen mit dieser kompletten Zahl, die wir umwandeln sollen, zu machen. Das machen wir auf der nächsten Seite. Merken uns aber natürlich unsere Exponentialdarstellung. Hier habe ich jetzt nochmal die Ursprungszahl hingeschrieben. Wie gesagt, das Innere werden wir jetzt gleich durch die Exponentialform ersetzen. Bevor wir das machen, würde ich aber zuerst den Bruch auflösen, sozusagen, von seiner Darstellung. Also, unten ist ja eine Hochzahl. Wenn wir die ins Negative schreiben, also wir können das Ganze hier ja auch so schreiben, hoch minus 5, dann ist der Bruch nicht mehr da und wir können jetzt gleich schöner diese Klammer auflösen. Gleich, jetzt noch nicht, nicht mit dem Minus hier drin, aber genau, einfach die negative Hochzahl statt dem Bruch. Das dürfen wir ja schreiben. Und jetzt ersetzen wir dieses i minus Wurzel 3 durch die Darstellung, die wir schon gefunden haben für diese Zahl, nämlich 2 mal e hoch i mal 5 Sechstel Pi. Und dann noch das hoch minus 5 außen dran. Jetzt können wir das Ganze viel besser auflösen, diese Klammer, weil wir haben ja jetzt hier ein Produkt drin. Und dieses hoch minus 5 bezieht sich einmal auf die 2 und einmal auf diesen e-Ausdruck. Also, wenn wir die Klammer auflösen, haben wir 2 hoch minus 5 und e hoch i mal, ich schreibe es erstmal hin, 5 Sechstel Pi mal minus 5. Also, die minus 5 einfach nur auf beide Ausdrücke angewendet. 2 hoch minus 5, ihr könnt es entweder mit dem Taschenrechner ausrechnen oder hier kann man schon wieder einen Bruch draus machen, um es besser auszurechnen. Das wäre ja 1 durch 2 hoch 5 und 2 hoch 5 ergibt 32. Also, da kommt ein Zweiunddreißigstel raus und da hinten hätten wir e hoch. Wenn wir die Zahlen zusammenrechnen, sind das ja minus 25 Sechstel. Also, minus 25 Sechstel Pi mal i. Wie rum ihr das i schreibt, ob ihr es vorne oder hinten hinschreibt, könnt ihr natürlich machen, wie ihr wollt. Jetzt haben wir es geschafft, falls es euch aufgefallen ist, diese Zahl, die wir in die kathesische Form bringen sollen, die haben wir hier jetzt in einer Exponentialform stehen. Hier vorne ist der Betrag von einer Zahl und hier oben bei dem e im Exponenten steht der Winkel von der Zahl. Das ist die Exponentialform, die brauchen wir aber nicht. Wir sollen ja das Ganze in die kathesische Form bringen. Das können wir aber machen, indem wir die trigonometrische Form von einer komplexen Zahl benutzen. Also, auch die benutzt ja die Polarkoordinaten. Also, Z können wir schreiben als die kathesische, die trigonometrische Form, die habt ihr ja als Formel folgendermaßen irgendwo in eurer Notizen. Das wäre der Betrag von Z mal Cosinus von dem Winkel plus Betrag von Z mal i mal den Sinus von Alpha. Auch hier ist es egal, wo ihr das i hinschreibt, könnt ihr natürlich auch hier vorne dran schreiben. Genau, das ist die trigonometrische Form. Manche bezeichnen auch das hier als Polarform. Also, wie gesagt, ihr benutzt die Polarkoordinaten für diese Form, nämlich den Betrag von der Zahl und den Winkel. Und jetzt müssen wir nur noch einsetzen. Der Betrag von unserer Zahl hier war 1,32. und Cosinus von dem Winkel, der steht da oben, die minus 25 Sechstel Pi plus der Betrag von der Zahl, wie gesagt, war 1,32 mal i mal Sinus von dem Winkel, der natürlich bei beiden gleich ist, denn wir haben ja nur einen Winkel und da kommt noch ein Pi dazu. Jetzt muss es nur noch ausgerechnet werden, beziehungsweise die 1,32 würde man so stehen lassen, aber Cosinus von minus 25 Sechstel Pi kann man wieder mit dem Taschenrechner ausrechnen. Da kommt dann Wurzel 3 halbe raus und hier hinten haben wir, jetzt schreibe ich das i aber wirklich mal nach vorne, damit das nicht mehr bei den Zahlen dabei ist, 1,32 mal und der Sinus von minus 25 Sechstel Pi ergibt minus 1 halb. Wenn ihr das ausrechnet. Und dann sind wir jetzt soweit fertig. Noch einmal die letzten Sachen zusammenrechnen. Hier die Brüche auf einen Bruch bringen, die 32 mit der 2 multiplizieren und hier hinten die minus 1 halb mit der 1,32. Das heißt, da steht gar kein Plus, sondern ein Minus. Minus i mal 1,64. So sollte jetzt eure Form aussehen und das ist die kathesische Form von dieser Ursprungszahl, die gesucht war. Also, ihr habt hoffentlich gut durchgehalten. Schaut euch das Video gerne einfach nochmal an, falls ein paar Schritte irgendwie unklar sein sollten. Es ist schon einiges, worauf man zu achten hat, aber ich hoffe, ihr konntet trotzdem folgen und wisst jetzt, wie ihr eure Aufgaben löst. Und dann, wie ihr habt. Wie ihr habt.